Ja, ist sicher. Da bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel. Wann ist zugleich das wenigste und das meiste? Jetzt, im Februar. Da gibt es die wenigsten Tage. Und die meisten Narren. Hey, du hast meinen Windschutz. Gib mal her. Schön hier. Hier ist der Ausziehbereich. Ausziehen sollst du dich hier. Du hast wohl alle Tassen im Schrank. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe auch einen Blick für das Schild. Oh, was ist denn los? Du glaubst ja. Moment, Sigrid. Mir ist kalt. Ich brauche ein kaltes Bier zum Aufwärmen. Also, es ist Zeit der Enthaltsamkeit. Und das ist nicht nur eine Nacht, die Enthaltsamkeit. Nicht nur die Fastnacht. Das geht bis Ostern jetzt. Und da hat er kein Bier getrunken. Was? Äh, was enthält denn ein Bier? Ah, ist Enthaltungsverstimme. Sigrid, was du mit das willst? Hier ist eine Falle. Ja, ich pass auf, dass ich nicht reinfalle. Danke für den Hinweis. Quatsch, du sollst hier nicht reinfallen. Das ist eine Burgenkäferfalle. Ah, da bin ich jetzt auf dich rein gefallen. Ja, so ist es. Machst du jetzt Hirsch, oder? Nein, wir sind am Ochsenkopf. Wenn du fünf Karten hast, kriegst du sechs Höhen. Auf meiner mittleren Erzgebirge steht 593 Meter hoch. In anderen Karten steht eben auch so eine Zahl, knapp 600 Meter. Ja, vielleicht findet man hier mal die Fussel. Aber im Moment sehe ich hier noch vertikale und horizontale Bäume. Sieh mal, sei nicht Ochsig. Komm, wir müssen weiter. Sei schon frei, wollen wir sein, und auf deinem Rad, weil wir abgebürgt sein. Sei schon frei, wollen wir sein, und auf deinem Rad, weil wir abgebürgt sein. Bis zum nächsten Mal.